Oh, was für eine Maschine hat Digli der Bagger denn gebaut? Eine große Farbkanone! Aber er scheint etwas vergessen zu haben. Los fährt er. Hier kommen Buster, der Bus und sein Freund, Cozy Coop. Sie haben die Farbkanone gesehen. Sieht so aus, als wollten sie damit spielen. Ich frag mich, was es macht. Sieht so aus, als wäre es mit diesen Farbeimern geladen. Cozy untersucht es. Dieser Hebel zielt die Kanone. Und dieser Knopf schießt die Farbe. Wow, sie haben den grünen Baum lila gemacht. Erstaunlich. Buster und Cozy können die Kanone nutzen, um Farben zu allem, was sie wollen, umzufärben. Cozy zielt die Kanone und Hurra! Buster ist jetzt rosa. Dinge färben macht so viel Spaß. Was sollen sie als nächstes färben? Cozy drückt einige Knöpfe und... Wow! Sie schießen große Farbkleckse hoch in den Himmel. So viele verschiedene Farben. Sie färben die Wolken. Da ist Terry, der Traktor. Sein Heu wurde blau gefärbt. Oh oh, Terry ist jetzt gelb. Da ist Scout das Auto. Sie hat all die Farbe auf der Straße gesehen. Jetzt ist sie grün. Sie sieht sehr überrascht aus. Schau, Diggly kommt zurück. Er hat Scout und Terry gefunden. Aber sie haben die falschen Farben. Oh oh, jetzt ist Diggly lila. Ich glaube, Diggly weiß, was los ist. Buster und Cozy haben immer noch Spaß. Aber oh oh, ihre Freunde sehen nicht sehr glücklich aus über ihre Farbänderungen. Ich glaube, es ist Zeit, alles wieder normal zu machen. Blau, lila, rot, gelb. Da, alles wieder normal. Was macht Diggly jetzt mit dem Blatt Papier? Ich glaube, er hat eine Idee. Sie haben die Kanone benutzt, um einen Regenbogen zu malen. Schau, da ist Buster der Bus an einem schönen Morgen. Was hat er heute wohl vor? Sind das Samen? Wow! Buster möchte Obst und Gemüse anpflanzen. Buster fährt zu seinem Gemüsebeet und schaut sich die Anleitung an. Zuerst muss er ein Loch buddeln, in das er die Samen einstreuen kann. Buster fängt an zu graben. Oh je, das könnte lange dauern. Aber schau, da ist Diggly. Er wird helfen können. Diggly ist der beste Bagger und er hilft seinen Freunden immer gerne. Diggly wird die Löcher für die Samen im Nu fertig haben. Da, kein Problem. Jetzt pflanzt Buster all die Samen in den Löchern und liest den zweiten Schritt. Sonnenschein! Die Samen brauchen Sonnenschein, um zu wachsen. Aber oh nein, es ist bewölkt. Aber schau, da ist Monty der Heißluftballon. Vielleicht kann er helfen. So, Monty hat die Wolke weggeschoben. Jetzt wachsen die Samen. Und der dritte Schritt. Regen? Sieht aus, als gäbe es noch einen Job für Monty. Er hüpft auf der Wolke und perfekt. Jetzt müssen sie nur warten, bis die Samen gewachsen sind. Viele Tage vergehen. Die Pflanzen werden größer. Dann, eines schönen Morgens, guckt Buster auf seinen Kalender. Heute ist es soweit. Schau! Rote Tomaten, orange Kürbisse, gelber Mais, grüne Bohnen und lila Auberginen. Gut gemacht, Buster! Schaut auf all die bunten Früchte und Gemüse, die er gezüchtet hat. Jetzt kann er sie mit seinen Freunden teilen. Hier kommt Buster Bus, sie erglaubt es kaum. Buster Löschfahrzeug zu sein, war immer schon sein Traum. Ashley Löschfahrzeug muss er aufsuchen. Sie denkt, Buster kann gut mit ihr arbeiten. Von heißem Feuer, wende dich schnell ab. Ruf an bei der Feuerwehr, dann rettet sie den Tag. Ein Fatserboss, Anne, sieht ja nichts gut aus. Mit Leider und einem Schlauch, sieht er fachdummig aus. Höhre den Feueralarm, Ashley muss schnell sein. Buster möchte mit ihr mit, doch Ashley fährt allein. Oh je, Toadrop, was ist da passiert? Buster lösche das Feuer, das jetzt da brennt bei mir. Von heißem Feuer, wende dich schnell ab. Ruf an bei der Feuerwehr, dann rettet sie den Tag. Robin fliegt hilfreich, Ashley hilft jetzt auch. Zusammen löschen sie es, schnell schon ist das Feuer auch. Sonnenheißem Feuer, wende dich schnell ab. Ruf an bei der Feuerwehr, dann rettet sie den Tag. Buster ist ein Löschverzeug, nicht mehr ist nur ein Traum. Buster der Bus ist startbereit, startbereit, startbereit. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, abflügt. Buster der Bus fliegt in das All, in das All, in das All. Buster der Bus fliegt in das All, da düst er. Buster der Bus düst hin und her, hin und her, hin und her. Buster der Bus düst hin und her, da düst er. Der Planet Mars ist kalt und rot, kalt und rot, kalt und rot. Der Planet Mars ist kalt und rot, da düst er. Saturn und Ringe, lustig und gelb, lustig und gelb, lustig und gelb. Saturn und Ringe, lustig und gelb, da düst er. Neptune hat ein hübsches blau, hübsches blau, hübsches blau. Neptune hat ein hübsches blau, da düst er. Die, die viel von dir, die Erde hast, die viel drin, die viel voll. Die, die viel von dir, die Erde hast, stopp, stopp, stopp. Buster, es war nur ein Traum, nur ein Traum, nur ein Traum. Buster, es war nur ein Traum, ein Weltraum-Abenteuer. Hey du Buster, hey du Buster, siehst du das? Siehst du das? Da ist ein Magie-Buch, da ist ein Magie-Buch, das macht viel Spaß und viel. Magie-Buster, Magie-Buster, Zeit für Spaß, Zeit für Spaß. Bist du ein Zauberer, bist du ein Zauberer, Magie? Zauberer, Buster, Zauberer, Buster, wähl einen Zauberspruch. So lustig ist Magie, so lustig ist Magie, der Zauber klappt so gut. Zauberer, Buster, Zauberer, Buster, Magie-Spaß, Magie-Spaß. Alle Freunde lachen, alle Freunde lachen, so viel Spaß für alle. Wach auf Buster, wach auf Buster, siehst du das? Siehst du das? Alle deine Freunde stecken in der Klemme, ach herrje, tu was schnell. Oh je Buster, oh je Buster, so viel Spaß, so viel Spaß. Nie mehr Zauberer, Buster, nie mehr Zauberer, Buster, leg seinen Ruf schnell zurück. Buster kommt heute früh in der Schule an. Da sind Scout und Diggly. Ups, Buster ist auf Öl ausgerutscht. Oh je, die Tafel ist zerstört. Scout rutscht auf aus. Oh nein, die Uhr ist auch kaputt. Was für ein Schlamassel. Und hier kommt der Lehrer. Sie müssen alles ganz schnell wieder sauber machen. Aber die Tafel ist zu schwer für Scout. Und Diggly kann die Buchstaben nicht aufheben. Buster versucht die Uhr zu reparieren. Aber da sind so viele Teile. Ich glaube, Buster hat einen Plan. Sie können tauschen. Scout kann alle Buchstaben einsammeln. Dann können Diggly und Buster die Tafel zusammen hochheben. Scout kennt ihr ABC. Sie kann die Buchstaben zurücklegen. Jetzt die Uhr. Diggly kann die reparieren. Er liebt es, Maschinen zu reparieren. Da, alles fertig. Gerade rechtzeitig. Hier kommt der Lehrer. Alles sieht wieder normal aus. Außer der Buchstabe. Und die Zeit stimmt nicht. Und die Nummer. Eins, zwei, drei, vier. So gut wie neu. Papa Bus geht mit Buster, Bandit und Scout im Wald campen. Jetzt müssen sie ihr Lager aufschlagen. Zuerst müssen sie ihre Zelte aufbauen. Papa zeigt ihnen wie. Er hämmert die Heringe in den Boden, damit die Zelte nicht wegwehen. Schau. Sie halten das Zelt am Platz. Aha, fertig. Während Papa Bus Holz für das Lagerfeuer sammelt, machen Buster und seine Freunde ihre Zelte fertig. Was war das? Bandit hat Marshmallows. Lecker. Oh nein. Buster hat die Heringe nicht richtig reingehämmert. Das Zelt kam frei. Er kann gar nichts sehen. Pass auf, Scout. Oh oh. Es weht weg. Ob Buster es wohl fangen kann? Scout und Bandit helfen mit. Los, Buster. Du schaffst das. Aha. Es ist endlich auf den Boden gefallen. Oh je. Nicht nochmal. Papa Bus, pass auf. Ups. Das Holz flog runter. Puh. Ihm geht's gut. Endlich stellen sie das Zelt auf. Diesmal lass uns sicher gehen, dass alle Heringe drin sind, Buster. Gut gemacht. Ich frag mich, was Papa Bus als nächstes geplant hat. Wow. Sie grillen Marshmallows. Mh, lecker. Mh, lecker. Was für ein toller Tag. Buster hat großen Spaß beim Spielen mit seinem Schlagzeug. Ups. Da fällt der Schlagzeugstock. Er rollt zu Mama. Mh. Was macht Mama da? Oh. Sie sortiert Busters altes Spielzeug aus. Das, womit er nicht mehr spielt. Ich frag mich, was da drin ist. Schau, Busters Babytrommel. Er erinnert sich daran. Und jetzt wird Mama sie recyceln. Aber Buster möchte das nicht. Mama versteht nicht. Buster hat doch jetzt ein größeres, besseres Schlagzeug. Aber Buster möchte seine kleine Trommel behalten. Er möchte sie nicht weggeben. Hier ist Scout mit ihrem Tambourin. Sie ist zum Spielen gekommen. Hurra. Zeit, Musik zu machen. Buster und Scout sind zum Spielen bereit. Und hier ist auch Ash. Er möchte zuhören. Jetzt haben Buster und Scout ein Publikum und sind bereit zu rocken. Eins, zwei, drei, vier. Toll. Buster und Scout schwingen ja richtig. Tolle Arbeit, ihr zwei. Scout schüttelt das Tambourin. Buster schlägt die Trommel. Oh. Er versucht gleichzeitig auf seiner kleinen Trommel zu spielen. Das funktioniert nicht gut. Er versucht zu viel auf einmal. Es ist recht laut. Ups. Ash möchte auch mitmachen. Aber er hat kein Instrument. Und Buster hat eins zu viel. Was er wohl machen wird? Ah, Buster gibt seine kleine Trommel zu Ash zum Spielen. Jetzt kann Ash mitspielen und alle drei können Spaß haben. Bereit? Eins, zwei, drei, vier. Da, das hört sich sogar noch besser an als vorher. Am Ende des Tages möchte Ash die Trommel zurückgeben. Aber Buster weiß, dass er keine zwei Trommeln braucht. Er möchte, dass Ash sie behält. Ash ist so glücklich. Das war wirklich lieb, was Buster da gemacht hat. Und jetzt? Ich bin nicht so glücklich. Ja. Ich bin nicht so glücklich. Alleine nicht, Wasserbus, wir brauchen dich. Komm schon, Wasser, und dreh um, deine Räder rundherum. Hilf Jessie, schieb den Berg hinauf, Wasserbus, du hackest drauf. Gib doch Jessie einen Sturm und lass sie nur nicht los. Den Berg hinunter geht es dann. Oh nein, Jessie kann nicht halten an. Jessie sich nicht halten kann, mit dem Hänger hintendran. Er ist zu schwer, Jessie kann doch mehr Wasserbus, sie braucht dich sehr. Vereile dich, mach doch schnell, sonst gibt es einen großen Knall. Wir helfen ihr bevor in Kraft. Wasser, gut gemacht. Und sieh doch nur mal da, neue Räder, wunderbar. Die von Jessie, die sind auch schon alt, sie braucht neue Reifen bald. Also neue Räder drangemacht, wie sie sich drehen, das ist eine Fracht. Hoch geht's den Berg, ein Mach-Hai und das Rutschen ist vorbei. Baxter, aufstehen, es ist Zeit. Öffne deine Augen weit, Baxter, hey, wie geht es dir? Scout ist zum Spielen hier. Baxter, du bist heut nicht auf Zack. Deine Räder machen schlapp. Bald geht es dir wieder gut. Ich hol Hilfe, hab nur Mut. Und bei dir ist auch schon zu schnell, wenn du bist krank, hilft sie dir schnell. Sie ist Expertin, das weißt du, gleich bist du wieder wie neu im Blut. Lass mich mal sehen, wie sieht das aus? Ein Reifen ist platt, da muss Luft drauf. Alles wieder gut, sagt sie, aber warte, nein, ha, 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 tschi. Baxter, hast du Fieber gar? Mach auf den Mund, wir messen mal. Bald geht es dir wieder gut, wir prüfen mal den Motor, hab nur Mut. M-Bagy ist auch schon zu schnell, wenn du bist krank, hilft sie dir schnell. Sie ist Expertin, das weißt du, gleich bist du wieder wie neu im Blut. Danke, Amber, du wirst toll, jetzt läuft wieder alles wie es soll. Gut, dass du geholfen hast, fahren wir los und haben Spaß. Basta sieht ja aufgeregt aus. Ich frage mich, warum? Ein Märchenbuch. Basta möchte, dass Mama ihm vorliest. Basta liebt ein gutes Märchen. Mama ließ Basta die Geschichte von Goldlöckchen und den drei Bären vor. Als die Bären ausgegangen waren, kam Goldlöckchen zu deren Fenster. Sie probierte ihren Haferbrei, aber die erste Schüssel war zu heiß. Basta findet das sehr lustig. Aber schau mal auf die Zeit. Mama kann nicht den ganzen Tag vorlesen, sie muss noch andere Dinge erledigen. Basta ist traurig. Er möchte wissen, was als nächstes in der Geschichte passiert. Aber Mama weiß, was zu tun ist. Vielleicht kann Opa Basta vorlesen. Opa ist draußen und gießt seine Blumen. Aber Basta möchte, dass er ihm aus dem Märchenbuch vorliest. Ja, Opa kann ein bisschen für ihn lesen. Basta liebt es, wenn Opa vorleset. Er liebt Geschichten mit großen Abenteuern und mutigen Helden. Was passiert jetzt? Goldlöckchen sitzt auf einem Stuhl, der viel zu klein ist und kaputt geht. Wie lustig. Basta liebt diese Geschichte. Aber was ist das? Mama sagt, es ist Zeit fürs Abendessen. Der Rest der Geschichte wird warten müssen. Basta bekommt leckere Fischstäbchen und Gemüse zum Abendessen. Aber er isst sie super schnell. Er möchte so schnell wie möglich wieder zur Geschichte zurück. Mama und Opa essen noch. Sie können ihm jetzt nichts vorlesen. Basta möchte wirklich wissen, was als nächstes passieren wird. Schau, er versucht selber zu lesen. Er kann noch nicht sehr gut lesen. Aber er versucht es. Wow, er schafft es. Mama und Opa sind so stolz auf ihn. Gut gemacht, Basta. Aber, oh je, er wird auch müde. Mama liest ihm das Buch als Gute-Nacht-Geschichte vor. Jetzt schläft Goldlöckchen in einem Bett der Bären. Aber dann, oh schau, Basta ist eingeschlafen. Er hatte so einen anstrengenden Tag. Er konnte fürs Ende nicht wach bleiben. Gute Nacht, Basta. Basta und seine Freunde sind wieder in der Schule. Sie erzählen sich, was sie in den Sommerferien gemacht haben. Basta freut sich sehr darauf, allen von seinem Haifischzahn zu erzählen. Aber zuerst erzählt Scout allen, was sie über den Sommer gemacht hat. Scout hat zum ersten Mal gesurft. Es war so cool. Da war eine Welle, die total riesig war. Aber Scout hat trotzdem auf ihr gesurft, ohne runterzufallen. Und es war so schnell. Juhu. Wow, Scout hat so eine coole Geschichte erzählt. Was ist denn mit Basta los? Oh, er glaubt, dass seine Haifischzahngeschichte nicht interessant genug ist. Nun, wo Scout ihre Geschichte erzählt hat. Basta wird jetzt allen erzählen, wie er den Zahn bekommen hat. Basta erzählt ihnen, wie er in einem tiefen, dunklen Wald auf Entdeckung ging. Er war voller Tiere und Monster. Aber Basta sagt, dass er gar keine Angst hatte. Aber dann stand Basta plötzlich vor... einem Dinosaurier. Aber der Dinosaurier hatte Zahnschmerzen. Basta zog seinen schmerzenden Zahn raus, damit er sich wieder besser fühlt. Oh je, Wendit glaubt, dass Basta nicht die Wahrheit sagt. Er konnte nicht wirklich einen Dinosaurier getroffen haben. Dinosaurier sind ausgestorben. Und Basta gibt zu, dass er die Geschichte ein bisschen abgeändert hat. Es ist kein Dinosaurier-Zahn. Es ist ein Haifisch-Zahn. Basta dachte, das wäre nicht interessant genug. Aber Scout meint, dass Haie viel cooler sind als Dinosaurier. Los, Basta, erzähle die Geschichte nochmal. In Wahrheit ging Basta zum Strand. Aber seine Freunde wollen beim Erzählen helfen. Wendit glaubt, dass Piraten in die Geschichte gehören. Es macht viel Spaß, sich etwas auszudenken. Basta sagt, dass er und der Pirat einen Hai am Strand gefunden haben. Er hatte Zahnschmerzen. Und sie entschlossen sich, ihm zu helfen. Scout meint, dass eine freundliche Biene auch in die Geschichte gehört. Cool. Die Biene half dabei, den Zahn zu ziehen. Und dann spielten sie alle Fangen damit. Und dann spielten sie den ganzen Tag am Strand. Was für eine tolle Geschichte sie sich zusammen ausgedacht haben. Es macht so viel Spaß, die Vorstellungskraft zu nutzen. Vor allem mit Freunden. Basta träumt, dass er im Spielzeug sitzt. Die sehen aus wie Preise für glückliche Kids. Oje, Basta, was ist das für ein Krach? Die Kralle kommt und zieht ein Spielzeug hoch. Basta hat Angst, wenn er an den Traum denkt. Basta hat Angst vor dem Dreifautomaten. Liebe Güte, du trommst lustig da. Basta steckte in den Dreifautomaten. Basta steckte in den Dreifautomaten. Basta war mutig und nun hat er gewonnen. Ein Spielzeug, Basta, na, das ist wundervoll. Liebe Güte, träumst du wieder? Gewinnst den Fass dann vom Automaten. Basta und Opa gehen im Supermarkt einkaufen. Hier ist die Einkaufsliste. Karotten, Mais und ein neuer Fußball. Basta kann kaum abwarten, den neuen Fußball zu haben. Aber Opa erinnert ihn daran, dass sie erstmal alles andere auf der Liste holen müssen. Es fängt mit Karotten an. Basta rast los. Aber stimmt das so? Opa fährt so langsam. Basta hat eine Banane und keine Karotte. Er hat sich so sehr beeilt, dass er gar nicht aufgepasst hat, was er macht. Da sind sie. Gut gemacht, Basta. Als nächstes, Mais. Er hat ihn gefunden. Ups. Vorsichtig, Basta. Die Dosen können leicht umfallen. Puh. Gute Rettung, Opa. Und als nächstes... Yay! Der Fußball! Basta rast voraus, um den Fußball zu finden. Aber warte, Opa wurde zurückgelassen. Er kann ihn nicht finden. Oh nein! Basta und Opa können den anderen nicht sehen. Basta sucht und sucht. Aber es bringt nichts. Armer Basta hat sich verlaufen und fängt an, sich Sorgen zu machen. Schau! Da sind Ash und seine Mama. Jemand, den Basta kennt. Zum Glück hat er sie gefunden. Sie können ihm helfen, zu Opa zurückzufinden. Endlich! Basta ist sicher zurück bei Opa. Er weiß, er hätte nicht so weit vorausrennen sollen. Es tut ihm sehr leid. Und Opa vergibt ihm. Und hier ist der neue Fußball. Hurra! Schau dir die Pinsel an. Basta und seine Freunde malen heute die Wände in Bastas Zimmer an. Wie aufregend! Mama Bus bringt ihnen viele verschiedene Farben. Sie dürfen die Wand unter dem Fenster anmalen. Hm. Welche Farbe soll Basta aussuchen? Scout hat sich Lila ausgesucht. Und Ash rot. Und Basta gelb. Natürlich! Lasst uns malen! Ups! Ash fügt einen roten Klecks hinzu, um Scouts anzugleichen. Und Basta fügt einen gelben Klecks hinzu. Super! Ich frage mich, was Scout zuerst malen wird. Es ist eine Rakete! Toll! Basta ist als nächstes dran. Was wird er nur malen? Eine Hummel! Los, Basta! Nicht auf dem Schrank, Ash! Jetzt haben sie eine Farbenschlacht. Vorsichtig! Die Farben sind sehr schmierig. Oh je! Die Farbe ist jetzt überall. Was für ein Durcheinander! Oh oh! Die gelbe Farbe ist auf dem Boden verschüttet. Und jetzt auch Lila! Huch! Mama Bus fragt sich, was der ganze Krach bedeutet. Das hat so viel Spaß gemacht. Oh oh! Sie wussten gar nicht, dass sie so eine Unordnung gemacht haben. Aber Basta hat einen Plan. Sie können Ashs Schlauch benutzen, um die Unordnung zu beseitigen. Das Wasser wäscht die Farbe weg. Gute Arbeit, Ash! Oh nein! Mama Bus kommt und sie sind noch nicht fertig mit dem Aufräumen. Zeit, sauber zu werden! Ash duscht Basta ab. Platsch! Jetzt ist Scout dran. Das sieht nach viel Spaß aus. Und zuletzt Ash. Gut gemacht allerseits. Wow! Das Zimmer sieht ja komplett sauber aus. Zeit für Ash und Scout nach Hause zu gehen. Ups! Naja, nicht komplett sauber. Es macht viel Spaß herumzufahren. Doch der Matsch, der bleibt an allen kleben. Jetzt müssen wir waschen mit Plütschen und Platschen. Fahren schnell los zum Autowaschen. Beim Autowaschen, Autowaschen, yeah! Schrupp, 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 die Reifen werden blitzblank. Beim Autowaschen, Autowaschen, yeah! Bürsten und rollen bis zum sauberen Glanz. Bürsten und rollen bis zum sauberen Glanz. Wir rollen durch Räder fest auf Schienen. Die Blasen und Seife säubern vorn und hinten. Mit Firren und Rauschen und Dämpfen und Bürsten. Beim Autowaschen nimm dir Zeit, hätt's nicht. Beim Autowaschen nimm dir Zeit, hätt's nicht. Beim Autowaschen, Autowaschen, yeah! Schrupp, 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 die Reifen werden blitzblank. Beim Autowaschen, Autowaschen, yeah! Bürsten und rollen bis zum sauberen Glanz. Bürsten und rollen bis zum sauberen Glanz. Wasser rannt den Berg hinunter durch den Schnee. Wasser rannt den Berg hinunter durch den Schnee. Wasser rannt den Berg hinunter, er lacht und er ist munter. Er rast den Berg hinunter durch den Schnee. Er singt, du schaffst es, ja, du schaffst es. Du schaffst es, er singt, du schaffst es, ja, du schaffst es. Du schaffst es, er singt, du schaffst es. Ja, so ein faches Start. Ja, du schaffst es, ja, du schaffst es. Du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es, ja, du schaffst es. Du schaffst es, er singt, du schaffst es, ja, du schaffst es. Jetzt ist das Ziel sehr nah, wer gewinnt? Er singt, du schaffst es, ja, du schaffst es! Ja, so einfach gesagt, ja, du schaffst es, ja, du schaffst es! Baxter rodelt den Berg runter für den Sieg! Baxter rodelt den Berg runter, Suki ist gleich dahinter! Baxter rodelt den Berg runter, ja, er singt! Er singt, du schaffst es, ja, du schaffst es! Er singt, du schaffst es, ja, du schaffst es! Ja, so einfach gesagt, ja, du schaffst es, ja, du schaffst es! Baxter rodelt den Berg runter, ja, du schaffst es! Ja, du schaffst es, ja, du schaffst es, ja, du schaffst es! Wir fühl dich da, komm, lern uns kennen, hurra! Hier kommt Daisy, sag Hallo! Sie kann alles demolieren! Häuser baut im Ziegelwand, sie macht mit der Abrissbirne! Wir sind das Team am Bau, graben, hämmern, bauen genau! Jetzt sind wir für dich da, komm, lern uns kennen, hurra! Dose transportiert alles! Johnny sagt, was er tun soll, wir reparieren alles! Mit CJs Hilfe schaffen wir's! Wir sind das Team am Bau, graben, hämmern, bauen genau! Jetzt sind wir für dich da, komm, lern uns kennen, hurra! Busters Haus scheint die Sonne! Und Buster und Opa haben viel Spaß beim Spielen! Mama Bus geht zur Arbeit! Werden Buster und Opa es schaffen, Abendessen zu kochen? Wow, richtig kochen! Buster ist sehr aufgeregt! Lass uns kochen! Opa macht den Herdstart klar! Hm, aber was jetzt? Buster hat eine Idee! Das ist Schokoladensauce! Hm, Opa glaubt nicht, dass die fürs Abendessen richtig ist! Lass uns das Rezept lesen! Sie haben alle Zutaten zusammengesucht! Buster fängt an und gibt etwas Mehl in die Schüssel! Wow, langsam Buster! Ups, das Mehl ging überall hin! Jetzt sind Opa und Buster mit Mehl bestäubt! Buster gibt die letzten Dinge zu dem Mix! Sei vorsichtig, damit der Mix nicht überall hingeht! Super gemacht, Buster! Ups! Opas Tomatensauce ist auf den Fußboden gekleckert! Und was passiert denn da auf dem Herd? Der Topf kocht über! Oh, schau! Seine Brille ist jetzt beschlagen und er kann nicht sehen, wo er hingeht! Pass auf, Opa! Oh je! Das geht ja alles schief! Opa und Buster machen alles wieder sauber! Aber Mama Bus kommt von der Arbeit nach Hause! Oh oh, sie haben immer noch kein Abendessen fertig! Was machen sie nun bloß? Opa holt Fischstäbchen aus der Gefriertruhe! Aha! Das gibt Buster eine Idee! Zeit für Schokoladensauce! Gerade als sie fertig geworden sind, fragt Mama Bus sich, was Buster und Opa wohl zum Abendessen gemacht haben! Ich frage mich, was sie gekocht haben! Fischstäbchen und grüne Bohnen! Und? Schokoladensauce? Bist du dir da sicher, Buster? Er probiert es! Mh, lecker! Mama probiert es auch und findet es überraschend lecker! Gut gemacht! Hier ist Buster im wilden, wilden Westen! Er ist ein Cowboy, ist das nicht das Beste? Cowboy Buster im wilden Westen! Juhu, juhu, im wilden Westen! Cowboy Buster im wilden Westen! Hallo, Partner! Cowboy Buster ist der Beste! Bandit hat die Süßigkeiten geklaut! Fang ihn Buster, halt den Banditen auch! Cowboy Buster im wilden Westen! Juhu, juhu, im wilden Westen! Cowboy Buster im wilden Westen! Hallo, Partner! Cowboy Buster ist der Beste! Hallo, Partner! Er verfolgt Bandit durch den Kartuswald! Achte auf Stacheln, sonst kriegst du dich bald! Cowboy Buster im wilden Westen! Juhu, juhu, im wilden Westen! Cowboy Buster im wilden Westen! Hallo, Partner! Cowboy Buster ist der Beste! Cowboy Buster gibt nicht auf! Und so fängt er den Bösewicht mit dem Lasso! Bandits Bus, dein Plan wurde zum Verhängnis! Sheriff Buster steckte dich ins Gefängnis! Cowboy Buster im wilden Westen! Juhu, juhu, Cowboy Buster ist der Beste! 令 zadamente Luna Cockboy Buster im wilden Westen! Juhu, juhu! evenly Und plötzlich fand ich mich im Wilden Westen wieder. Und so bekam ich meinen Hut, das Kennzeichen eines echten Cowboys. Wow, ich wär auch gern Cowboy. So'n Hut hätt ich auch gerne. Hey Sohn, ein echter Cowboy lässt es langsam angehen. Wow, mein Hut! Nur keine Panik. Sheriff Buster ist ihm auf der Spur. Jihah! Nächster Halt, Cowboy-Hut. Ah, so'n Mist. Ich will den Hut. Du lässt den Hut in Ruhe, Partner. Aber ich brauche ihn. Wie kann ich ein Cowboy sein ohne Cowboy-Hut? Ah, oh. Das ist meiner. Das ist nicht deiner, Bandit. Ich brauche ihn. Aufhören! Er geht kaputt. Oh, komm mit, Ash. Hä? Ein Kaktusgarten? Der ist nicht auf meiner Karte. Aber Kakteen machen. Sheriff Buster, keine Angst. Warte, Buster. Das ist nicht erlaubt. Du bekommst nur einen Platten. Aber ich muss Montys Hut holen. Jetzt! Weißt du noch, was Monty sagte? Ein echter Cowboy lässt es langsam angehen. Cowboy-Hut, hier komme ich! Au! Hilfe! Aha! Au! Es tut mir leid. Aber ich... Ich wollte den Hut unbedingt. Damit wäre ich ein echter Cowboy. So wie Monty. Paul, es braucht viel mehr als nur einen Hut, um ein echter Cowboy zu sein, Bandit. Ein echter Cowboy geht's langsam an. Richtig, Monty? Das stimmt genau. Du bist ein echter Cowboy. Und du verdienst einen Cowboy-Hut. Und ich glaube, Bandit müsste in die Werkstatt geschleppt werden. Aufsatteln, Cowboy! Je-ha! Je-ha! Tatütata, schau dich doch mal um. Tatütata, kannst du es schon sehen? Tatütata, was ist dein Notfall? Bist du hingefallen oder fühlst dich krank? Krankenwagen rufen keine Angst. Er kommt angerast in einem Affenzahn und steht mit Hilfe gleichbereit. Tatütata, tönt es rundherum. Tatütata, schau dich doch mal um. Tatütata, kannst du es schon sehen? Tatütata, was ist dein Notfall? Wenn du etwas siehst, mit Feuer und Rauch rufen ganz schnell die Feuerwehr. Mit nem roten Fahrzeug kommen sie gleich und löschen das Feuer aus. Tatütata, tönt es rundherum. Tatütata, schau dich doch mal um. Tatütata, kannst du es schon sehen? Tatütata, was ist dein Notfall? Glaubst du jemand richtet Schaden an? Steht die Polizei ganz schnell bereit? Rufe sie an und sie schauen sich um. Für üble Kerle ist das immer dumm. Tatütata, tönt es rundherum. Tatütata, schau dich doch mal um. Tatütata, kannst du es schon sehen? Tatütata, was ist dein Notfall? Motor an, Türen zu und die Räder drehen sich im Kreis. Dann geht's los, 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 basta. Der schnellste Bus der Stadt. Los, 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 basta. Die Räder drehen sich herum. Basta und Freunde wollen, dass du heute Spaß mit ihnen hast. Neues gibt es immerzu. Abenteuer auf, gut passt. Und die Räder drehen sich im Kreis. Dann geht's los, 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 basta. Der schnellste Bus der Stadt. Los, 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 basta. Die Räder drehen sich herum. Farben, Zahlen und Formen. Wirklich alles, was man denkt. Nichts, was er nicht schaffen kann. Ein Erinnern, der er glaubt. Und die Räder drehen sich im Kreis. Dann geht's los, 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 basta. Der schnellste Bus der Stadt. Los, 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 basta. Die Räder drehen sich herum. Hey du Buster, was war das? Zisch, Krach, Wusch und Knall. Hören sich an wie ein Feuerwerk. Zisch, Krach, Wusch und Knall. Es gibt nie einen Schreck. Wir hören beim Schrei. Schreck und Schrei überall. Feuerwerk ist wirklich laut. Hey du Buster, was war das? Zisch, Krach, Wusch und Knall. Welche Farbe wird das Feuerwerk sein? Lass uns rausgehen, dann können wir es sehen. Wir wickeln uns schön warm ein. Das ist zu laut. Schnell wieder rein. Hey du Buster, was war das? Zisch, Krach, Wusch und Knall. Hört sich an wie ein Feuerwerk. Zisch, Krach, Wusch und Knall. Es gibt nie einen Schreck. Wir hören deinen Schrei. Schreck und Schrei überall. Feuerwerk ist wirklich laut. Hey du Buster, was war das? Zisch, Krach, Wusch und Knall. Zisch, Krach, Wusch und Knall. Oh. Oh. Zweifel pfeift laut her. Wie ein Fußballschied. Trächte. Hopp, hopp, hopp und was war das? Mama macht Popcorn als nen Snack. Hey du Buster, was war das? Zisch, Krach, Wusch und Knall. Hört sich an wie ein Feuerwerk. Zisch, Krach, Wusch und Knall. Es gibt nie einen Schreck. Wir hören deinen Schrei. Schreck und Schrei überall. Feuerwerk ist wirklich laut. Hey du Buster, was war das? Zisch, Krach, Wusch und Knall. Ich bin's, Superbuster, der mutigste Bus der ganzen Welt. Und Bidi-Scout, der schnellste Rennwagen der Geschichte. Und Professor Schaufelbagger, der Bagger mit dem gigantischen Gehirn. Oh. Oh. Ich wünschte, ich könnte auch fliegen. Aber ich bin ja nicht schwindelfrei. Hm. Komm mit mir. Professor Schaufelbagger hat einen schlauen Plan. Seht her. Meine bisher größte Erfindung. Der Schaufelbagger Turboflieger. Äh. Digley? Professor Schaufelbagger. Entschuldigung. Professor Schaufelbagger. Äh. Ist das ein Anhänger? Das fliegt niemals. Nicht in einer Million, Milliarden, Billionen Jahren. Aber das ist nicht nur ein Anhänger. Es ist ein großer, ballonbetriebener Wolkenhüpfer. Oh. Bandit. Wow. Die Ballons sind cool. Wir sollten sie mit Wasser füllen und eine Wasserschlacht machen. Lass sie, Bandit. Wir wollen damit fliegen. Ah. Das ist hoch. Aber ich bin Superbuster. Superbuster hat keine Höhlenangst. Holt mich runter. Ich mag es nicht hier oben. Buster, hilf mir. Wie kommen wir wieder runter? Äh. Daran hab ich nicht gedacht. Äh. 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 Uns wird schon was einfallen. Nur nicht runtersehen. Nicht runtersehen. Nicht runtersehen. Nicht runtersehen. Nicht runtersehen. Ah. Ich hab runtergesehen. Nach meinen Berechnungen könnten sie bis in den Weltraum fliegen. Äh. Wir werden es schaffen. Wir sind die Stoßstangenbande. Aha. Buster. Fang. Uh. Aha. Ah. Bandit. Mach ein paar kaputt. Ich hab Angst. Ich kann mich nicht bewegen. Du kannst mutig sein, Bandit. Du kannst es schaffen. Wir beide können es. Oh. Oh. Aha. Zurückbleiben. Zurückbleiben. Turboflieger im Landeanflug. Wow. Das war lustig. Wir haben uns der Angst gestellt. Das war super. Und jetzt wissen wir, Busse können fliegen. Es ist ein brandneuer Morgen und Buster sieht aufgeregt aus. Heute ist Digglies Geburtstag. Buster kann die Party kaum erwarten. Buster isst sein Frühstück so schnell er kann. Schau, da ist Scout. Sie hat Digglies Geschenk schön verpackt. Wie aufregend. Buster ist ausversehen über das Geschenk gefahren. Es ist so platt wie eine Flunder. Armer Buster. Es war ein Unfall. Aber warte. Ich glaube, Buster hat eine Idee. Schau. Scout nimmt diesen alten Karton. Und Buster holt die Schüssel mit Süßigkeiten. Da ist auch ein hölzerner Stock. Und die Bastelkiste. Ich frage mich, was sie vorhaben. Es ist ein anderes Geschenk. Aber was könnte da drin sein? Jetzt flitzen Buster und Scout zu Digglies Party. Sie wollen nicht zu spät kommen. Diggly wartet. Seine Party hat schon angefangen. Aber puh. Da sind Scout und Buster. Sie haben es geschafft. Diggly macht sein Geschenk auf und... Wow. Es ist eine Pinata. Es ist Digglies Geburtstag. Und deshalb darfst ihr sie mit dem Stock schlagen. Los geht's. Noch einmal. Klatsch. Sieh dir all die Süßigkeiten an. Was für ein super Geburtstag. Ich frage mich, was Buster wohl gesehen hat. Ein Softplay-Bereich? Oh, wow. Sieh mal, da bauen Scout und Digger eine Brücke. Da passt Scout perfekt drunter. Und was ist da drüben? Ich glaube, das ist ein Bällebad. Ja, das ist es. Na los, Buster. Worauf wartest du? Juhu. Toller Sprung, Buster. Oh, sieh mal. Da ist Billy der Bulldozer. Er springt auf dem Prampolin. Sieht aus, als hätte er sehr großen Spaß. Wow, Digger. Das machst du super am Klettergerüst. Weiter so. Ich frage mich, warum Billy all die Formen herumschiebt. Oh, damit Digger darauf landen kann. Tolle Landung, Digger. Oh, Scout, sei vorsichtig. Das sieht schwierig zu balancieren aus. Oh, wow, Scout. Du bist ein Pro. Auf die Plätze. Fertig. Los. Wer wird gewinnen? Das ist so klar. Scout wird Erste. Gut gemacht, Scout. Vielleicht gewinnst du nächstes Mal, Buster. Das sah nach viel Spaß aus. Ich glaube, Digger möchte Verstecken spielen. Gute Idee. Okay, Buster. Fang an zu zählen, während die anderen sich verstecken. Oh, gute Idee, Scout und Billy. Das ist ein super Versteck. Digger geht sich im Wellebad verstecken. Und Billy oben auf der Rutsche. Alles muss versteckt sein. Kannst du deine Freunde finden, Buster? Wo können sie nur sein? Hm, gar nicht. Keine Sorge, Buster. Du wirst sie finden. Du musst nur weitersuchen. Da ist Billy. Gut gefunden, Buster. Nur zwei übrig. Das sieht komisch aus. Oh, da ist Scout. Gut gemacht. Nur noch einen. Lass uns im Wellebad nachsehen. Oh, Digger. Super Versteck. Was für ein großartiges Spiel. Juche. Buster ist auf dem Weg. Wir rufen Hurra. Er hilft gerne seinen Freunden. Rettet stets den Tag. Lässt sich nichts gefallen. Lässt sich nichts gefallen. Rettet Katzen vom Baum. Buster scheut sich da vor nichts. Auch Kälte stört ihn kaum. Er rettet auch Weihnachten. Und hilft dem Weihnachtsmann. Denn Buster hilft bei jedem Zweck. Dem, dem er nur helfen kann. Buster ist auf dem Weg. Wir rufen Hurra. Er hilft gerne seinen Freunden. Rettet stets den Tag. Wenn Buster ein Cowboy ist, sind Gefängnisse voll. Und wenn er Suki-Zug aushilft, ist er auch wundervoll. Er wagt sich auf ne Rettung für jeden, den er kennt. Mit seinem hellroten Umhang ist er ein Superheld. Buster ist auf dem Weg. Wir rufen Hurra. Er hilft gerne seinen Freunden. Rettet stets den Tag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Echlauertat.